Weinboot Besichtigungstour, haben wir das schon mal gehört? Oh, hier unten, Alter, Monster Truck, yeah! Fuck yeah! Und jetzt sind wir alle Monster Truck, haben wir verstanden, oder? Ja, da bist wir doch. Ich glaub, du kannst nur den Monster Truck nehmen. Du sahst grad zumindest aus, ne? Boah, ich hab schon 30 von 38 Fallschirmspringen! Steht hier. Krass. Jep. Den finde ich lieber die Sender hier. West Coast Classic, da kommt nur Hip-Hop, Web-Gedöns. God, Rebell Radio World. Ja, die go. Ich glaub, das hängt davon an, was der Host, glaub ich, hat, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja. Aber der Online-Modus scheint jetzt ganz gut zu funktionieren, wa? Bis jetzt noch keine irgendwie rausgeflogen, oder so, wa? Da, Liberator. Wieso, ich kann keine Farbe auswählen, oder so. Hallo, Lemmy. Läuft. Hallo, Lemmy. Hallo, Lemmy. Na ja, ein Zuschauer. Liberator, man kann leider keine Farbe auswählen. Ja, Lemmy. Glaub ich. Kommt da, Lemmy. Lemmy? X, Lemmy, sie will. Das Bildschirm ist... Das ist die Frage, wer ist denn wer? Äh, ja, Pss, Bock, wo ist's? Wir sind ja irgendwie alle gleich und... Du bist bestimmt nicht der Vordere hinter deinem. Hä? Ich bin ganz vorne. Ganz vorne links. Ne, jetzt ich. Boah, Alter. Wo wollte denn der hinschalten? Alter, was ist das für eine Stre... Oh, fliegt über jemanden drüber? Ja, das war ich. Haben sie jetzt mehrere von den Monster Truck Dingern eingebaut, oder? Ja, das ist doch cool. Strecken. Vielleicht bleibt ja das Auto. Und ist nicht nur irgendwie nach irgendeiner Woche oder zwei, drei Wochen weg, oder so. Gisset ja nicht. Haben sie da irgendwas gesagt? Ne, das... Das ist ein Instant-Pink. Die Karre bleibt, ja. Weil die ist ja auch ganz offiziell... ...verfügbar. Aber halt erst ab Level 100, ne? Ja, man kann's halt kaufen, ne? Oder? Ne, jetzt kannst du gleich kaufen. Ne, jetzt war die andere Karre. Boah, Alter. Na, das scheiß Ding überhaupt nicht klar, ja, ey. Boah! Das ist halt die Strecke, die ist ein bisschen unkon... unkonventionell. Ne, die Karre. Boah! Alter! Was? Boah! Irgendeiner fährt ganz komisch. Oh, ey, es ist übel, ey. Die Lenkung war, das ist irgendwie freaky. Oh, man muss irgendwie eine Strecke, die Strecke ist dafür einfach unpassend. Yeah! Yeah! Oh, geil. Boah, wie falsch gesetzt. Du kannst uns so'n scheiß, ja. Oh, sorry. Oh, gib Gummi! 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 Alter! Boah! Boah! Oh, gib Gummi! So übelisch schnell. Alter, Vater. Boah! Du drehst dich so, ohhh! So übelisch schnell. Alter, ich hab mich aufm ersten überschlagen. To sagen, ohhh! Nein! Boahhh! Fck! Da wurde es irgendwie gerade verkeilt. Ja, irgendwie schon. Alter, boah, alter. Boah. Alter, Vater. Ja, jetzt bleib doch mal auf der Strecke, ey. Das Problem ist halt, dass das Ding halt noch dazu alle vier Achsen sich bewegen. Ja, weil er halt Allradlenkung hat. Das ist halt irgendwie total freaky. Ja. Dafür kommst du aber übelst gar in die Kurven dann halt rum, ne? Also auf normalen Strecken. Boah, ey, wie oft will er sich noch überschlagen? Hallo. Ja, ich tu ihn immer abfangen, dass ich... Ja, du bringst ja nichts, wenn er hier schon Pioreten dreht, alter. Pioreten. Ja, ist so. Ja, ist so. Wie ist denn, die Leute sind gerade am hier vorbeigefahren. Der muss es doch gesehen haben, alter. Ich hab's gesehen. Auf der Motorhaube. Alter, ich hab' aber genauso. Und Pioreten bedreht, alter. Boah, alter. Alter, alter. Alter, vater. Boah, alter. Ach, was macht der? Das mach' ich ja auch. Das sagt der, der mich aufregt über die Karre. Ja, aber warum bleibt denn hier stehen, ey? Ich bleib... Ja, um die Karre ein bisschen abzufangen. Ich geh halt vom Gas, dass ich die Karre wenigstens noch ein bisschen abfangen kann, ne? Boah, alter. Boah. Drehst dich hier übelst, ey. Boah. Boah. Wie ich sag' Ach ja, hier steht so ein olles Holzschild, weißt du? Das ist natürlich im Weg, weißt du? Kannst alles umfahren, weißt du? Aber das ist eine Vogelhäuse oder was? Was, das stört. Vogelhäuse. Das waren Vogelhäuse oder was? Keine Ahnung. Vogelhäuse. Oh, oh, es hängt mal fest, alter. Der hat uns gar nicht in den Rädern verkeilt, alter. Aber der kommt aber berglich hoch, gell? Irgendwie. Er hat zwar übelst the power, aber... Aber ob sich den Punkt verpasst? Er hat zwar übelst the power, bergauf, irgendwie. Ja, kommt da irgendwie hoch. Kommt schon hoch, aber sehr lahmarschig. Boah, jetzt bin ich ja grad irgendwie an so einem Geländer hängen geblieben und irgendwie... ...feierabend, der fliegt total zugestanden. Oh, komm schon, komm schon, fang ab. Ja, 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 komm. Ach, da unten fährt der Onkel rum. Alter. Jetzt dreht er seine Pirouetten. So. Meine Fresse, ist das eine Scheißkabel. Ja, ich bin hier nicht scheiße, nur... ...ja, für so ein Rennen, wo alles total uneben ist, äh, ja, total ungeeignet. Ja, bei dem Rennen, da hat es halt nichts mit irgendwie Können zu tun. Das ist einfach nur Lack. Je nachdem, wie du aufkommst. Ja, eigentlich mehr, ähm... ...oder irgendwo hängen gebläbst. Crash hat nie beendet? Nee. Ich hab dir gesagt, ich bin an so einem Geländer, zwischen den Rändern hängen geblieben und bin nur irgendwie nicht mehr weggekommen. Ein Dreieck, nichts bohren. Na, wie geil macht denn? Aber siehst du, bin da zu weit zurückgefallen. Übers Grün hab ich natürlich nicht. Peer to peer hat da vorhin irgendjemand gesagt. Haben wir noch nicht, oder? Das stand bei mir, ja. Dass ich das noch nicht habe, wohl. Nee, hab ich auch noch nicht. Das Scheiß über das Grün hab ich wieder nicht. Oh, nee, da hab ich es nicht. Ja, keine Ahnung, warum ich es nicht hab. Du hab das... Ach, hast du das nicht beendet? Du. Oder? Klar. Nee, ich hab's nie beendet, stimmt. Nicht? Ach, stimmt, du bist hängen geblieben, stimmt. Und dann warst du wieder so weit hinten. Ach, dann zählt das auch nicht, ne? Wenn er das nicht beendet hat. Nee, du musst das beenden, sonst zählt das nicht, dass du das gemacht hast. Ach so. Ja, logisch, ne? Das ist dann halt nicht beendet. Jedes Mal drück ich, wenn ihr noch beitretet, ey. So, ich glaube, nach dem Rennen machen wir Schluss, weil ich krieg Kopfschmerzen. Ja, ja. Ja, passt zeitlich auch. Ja. Ist bei mir. Muss ja von mir mal ausgehen. Dass ich irgendwie nur so einen 5-Minuten-Part hab, hat ja auch keine Arsch. Ne, wir sind ja schon bei 28 Minuten bei mir. Hör doch mal auf, wie der eben geschneit, so alle. Ja, echt mal, Alter. Das ist übelst nervig. Übelst nervig, ja. Ich hab's halt. Ist halt so. Nix wie vor. Das Wort für Karren, was wir jetzt nehmen können hier. Karren kenn ich ja überhaupt nicht. Die größten Töts. Was ist denn neu hier? Der Karbon-Dingsbums? Ist denn, warum ist denn mein, ich will meinen Pink haben, Alps? Da hab ich'n schwarz. Biss ich nicht. Ach, jetzt muss ich orange nehmen, egal, weil die Zeit schon wieder abgelaufen war. Oh, Mann, ey. Ich war noch mal gar nicht fertig. Scheiß hier. Die Zeit war schon am Piepen bei mir. Ja, wer weiß, was ich jetzt von dem Auto hab, das wissen ich mich nicht. Ach, du guckst auf Zeit. Hab ich denn überhaupt nicht drauf geachtet. Ich hab'n Karbon-Nais. Was hab' ich hier? Ach, konkret hab' ich. Naja, Karbon-Nazza, der ist nicht, der ist nicht, der ist nicht neu. Der ist aber gut. Ich hab' ja nie gesehen. Och, ich geh' mir so auf den Sack. Ich schaff' den Start nicht mehr. Nee, ich geh' mir genauso verpeilig, aber auch eben mal. Ich hab' ja ständig geschafft, das schaff' ich überhaupt nicht mehr. War das schon immer so, dass bei Start-Ziel so'n Ding, so'n Banner oben drüber ist? Weil ich stand gerade da oben, Peer-to-Peer. Gut. Oh, der Karre lässt sich ganz gut fahren, ja. Och, was war denn DAS jetzt da mitten auf der Gas? Ja, der ist hier, ist hier, äh, aufholen, ähm, an oder so, was nehmen wir? Ja, ja, da war auch von mir gerade ein Motorradfahrer. Äh, was macht der da mitten auf der Gas, Alter? Boah, Alter, ich hab' den mit tun. Ich hab' die Karre, äh, die Karre, die ist übelst leicht, ich hab' gerade gemerkt, in der Kurve hab' mich auf zwei Rädern gefahren. Meinst er? Ja. Och. Mit Blue überholen und der drängt irgend so'n Sack ab. Ich natürlich da rinnen fahr'. Ja. Ich hab' eben... Oh. Och. Der fährt schön grad... Aber, Alter, wir wandern uns. Wer ist denn da mit dem Gläufe gerüstet? Ich bin hier auch... Ja, ich ja. Ja. Ich hab' eben einen... Alter, ich fahr' schön grade aus. weißt du will an den vorbei und in dem Moment fährt der natürlich rechts lang, dass ich in den reinfahre, ja. Denk ich so, ey, weil, könnt ihr dich mal gerade ausfahren? Na gut, ich kann es auch nicht, aber wir sind mal dahingestellt. Das ist wieder was ganz anderes. Nein, oh, fuck, nein, ich kenn Katzen. Mann, nein, oh, bitte nicht auf die Tastatur. Oh, ne? Nenn nicht auf die Tastatur kotzen, drauf rauen. Mann, ey. Das stinkt so. Mann, ey, wo klebt. Oh, alter. Und hier mal melke ich vorbei. Alter, kann es mich so an, nicht so, ich hab's gedreht, das ist ja okay, aber das ist doch auf den Scheiß-Cheap drauf vor, das ging mal umsack. Oh, Mann. Was war denn das jetzt? Oh, ich will Onkel überholen. Ich bin zu schnell. Ja, der hat nun überholt mich, schrammt mich an der Seite, Alter. Ja, ich hatte schon Bündnis hatten. Und ich werde da so ein fucking LKW da hingegeben. Ja, Crazy versucht, ich fahr rechts am Straßenrand. Also, wir hatten hier die LKW-Binde auf die Kreuzung gestellt. Das gehört, ich fahr rechts am Straßenrand und Crazy versucht, mich rechts zu überholen. Ja, logisch, dass er irgendwo reinfährt, ne? Aber, okay. Ja, was soll ich es denn machen, Alter? Ja, liebt sie wohl. Ja, liebt es mein Auto. Da kam ein Autopompone. Ah. Ja, doch, guckst du dir eine Wiederholung an. Ja, jetzt so verschissen. Hier. Wir gehen nicht mehr, naja. Oh, ey, was? Ja, nein. Hier, du nimmst mich Arschloch, du Futter. Oh, 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 oh. Weil ich die Genitalien, wenn ich mich schon erinnere. Piep, 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 piep. Piep, piep. Du, Alter, die haben da alles zensiert, Alter, am Ende. Piep, 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 das geht nie ab, Alter. Ja, Alter. Die bin schon voll Stoff, äh, ich komme hier nicht weiter. Na, jetzt dreht es mich wieder. Und ne Palme. Ich könnte kotzen. Und ne Palme. Oh, die Betonung gerade auf Palme, Alter. Und ne Palme, Alter. Das kam gerade geil, Alter. Ja, ja, yeah, yeah, fuck yeah. Ich bin gerade an so ner Palme hängen geblieben. Weißt du, Palme? Ja, aber auch, Alter. Ich auch, Alter. Ey, was so ne Scheiße, Alter. War bestimmt die gleiche Palme. Hm, an so ein Parkhaus, ne? Ja, komm schon, hier muss du irgendwas scheiße, Fick, du Drecksziel sein, da ist es. Ja, oh, ja, yeah, okay, Alter, Alter. Volker, Rau, Rhein, Alter. Volker, Rau. Guck mal, Schleichwerbung, Light. Light auf diesen, äh, Sonnenschirm. Sonnenschirm? Light. Nee, nicht, nicht schon, dunkel. ist so ist so dunkel ich gehe auch mal in freien Modus weil ich hab ich langsam Schmerzkopf du hast die BUM? das war ein BUM wo kann ich mir in freien Modus? Guck mal zweimal dasselbe Bild Hangar und Jetlag fast das selbe Bild nur aus der anderen Perspektive richtig heisst was anderes ja aber dann hast du gleiche PORK ich sehe hier WOLKEN jetzt sind wir natürlich alle an diesem blöden Pier da mach doch nix ey ey hä abwarten da muss ich dir auch schon ein vier Teor rum den hab ich schon grad sang-star warte oh 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 jetzt jetzt so oh jetzt hier ich bin der einzige der hier hinten ist oder was mega Klatsch Ja, tritt ihn, tritt ihn die Sau. Oh, wie rassistisch, ey. Scheiße. Ja, 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 Sau. Was aber... Ja, ich bin jetzt irgendwie wieder aufm offiziellen Server genannt. Synchron treten. Nicht mehr, aber... Wir haben grad ein bisschen Wut, aber... Da gab's schon ein Auto vorne hingestellt, ne? Blue ist aufm Offiziellen gelandet. Echt? Ich denke, alle machen jetzt eh Schluss. Hey, hey! Du kannst mich nicht zurück zum nächsten Mal! Ja, da... Hu, schmoin! Oh! Oh! Alter! Der lebt noch! Oh, hier, der Rucksackträger! Boah! Alter! Alter! Hey, Alter! Was geht? Was geht? Das mal einsteigen, hier, der Bullen kommt gleich! Wie die Twisten immer umfallen, ey, wie so nasser Sack, ey! Oh, oh! Ich weiß nicht, wie Crash fährt, aber wir gucken mal. Sie haben mal interessant, mal gucken, wie auf der Bullen abröhnt. Ja! Ja! Action Game! The greatest game of the world! Genau! Alter! Bats! 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 Wo ist's darstellen? BMW, oder? Ja, hab's! So, ein andere Chinesen bin mal los. 4 Stück! 4 Chinesenmobiles. Es gibt, es gibt Chinaautos? Ja, vergleichen Chinaautos, man! Genio Japan! China ist auch Autos. Die Marken, die kennen wir bloß nicht. Yongling und Jingling und diese alle heißen! Ja gibt es aber jetzt nicht so viel sag ich mal Oh Alter, das war rot! Wo willst du denn wissen? Du bist selber über rot gefahren Glaube ich zumindest Ah ja, oh jo Kommt der Bull Ja genau Alter, genau mein Hände, nur der US-Flugger Alter Gimmel, gimmel, gimmel Oh, ich wollte dich Bullen abhängen, Alter, oh Junge Bist du, ist da nichts passiert? Doch, jetzt, die Sterne haben wir jetzt Ja, mal gucken Was? Ne, weil die Sterne gerade geblinkt haben und jetzt Die blinken immer noch Musst du nur gucken, wo der Bereich von den Bullen ist Was auf, die kommen auf uns zu Gas, Gas Oh Oh, scheiße, hier geht der rein rein Wurde daneben Oh, das war doof Tja, ab jetzt wieder eigentlich im Camp Ich hab keine Granaten So, sind die Granaten ausgegangen? Ja, ich hab wieder C4 noch Granaten So, Bullen blinken Bullen blinken? Ja, die Sterne Sterne blieben Ach, die sind auch weiter weg Guck mal, die sind ja unten irgendwo Oh, rechts von uns Oh, vor uns, oder? Ach ne Man kann ja auch, das wusste ich auch nicht Man kann einfach nach Hause gehen, wenn die Sterne grad blinken Naja, klar, wenn sie blinken Aber sobald sie dich wieder sehen, dann kannst du nicht mehr nach Hause Ja Was sind hier für ein Haufen Apartments, Alter? Nur mal drei Stück hier in einem Fleck Ja, Haufen Häuser, ja Oh, jetzt sind die Bullen eh weg Komplett Oh, schön eingepackt Ja So, jetzt mit Sie haben bestanden, hier im Führerschein Dankeschön Oh, vorbei Wir haben hier Ihren Führerschein Genau, gerade sagen Nur mal so'n Ding abschießender Ich hab immer noch nie gemacht, hier, was nen Detail Ja, das macht mir doch eigentlich nachts Yeah Es ist aber grad nicht nachts Gut, nachts, äh, sieht man jetzt schlecht, stimmt, ja Na, kann, sag mal, man kann aber Autos damit anzünden, oder? Nee, nee Yeah, dort, guck mal, brennt doch Hey, alter Vater Ja, ich mach mal, bumm, ne Ja Oh, Alter, Alter Oh, wie geil sieht das aus, Alter Oh, wie geil sieht das aus, Alter Was war das denn? Was? Nö, ey, jetzt hab ich nen Stern Alter, ich geh nach Hause Ich geh nach, ich kann nicht nach Hause, scheiße Scheiße Hier holen sie denn, komm her, hier Ah, ich weine Ach, ich mach dir jo Alter Oh, jetzt blinkst, jetzt kann ich nach Hause Ja Uah Alter Was war das? Ich bin tot Alter, was war das, eben Der geht in Er geht in Er geht in meinen In meinen In meinen Silvesterknaller da rein, ja Auf einmal so Wie so vom Raketenwerfer, ne Puff Alter Krass Jetzt hab ich irgendwie Punkte gekriegt, weil ich Geil Ich hab irgendwie 200 RP jetzt gekriegt, weil ich den Die Bullen jetzt abgehängt hab, weil ich nach Hause gegangen bin So Oh, Rätsel lädt mich grad ein Ja, hab ich auch gerade Einladung bekommen Wo seid ihr jetzt, seid ihr jetzt ins Haus rein gehen, nach Hause? Ich bin hause gegangen Alter, hier, oh, dich hier, das Geld, Alter Ach, wir schon wieder, Alter, geh auch zu Hause, Alter, scheiße Aber wir machen jetzt leider schon Schluss Genau Bisschen, leider, leider, leider Bisschen zu spät Aber, naja, gut Ja, wir zocken ja sonst noch mal länger Aber Ja, aber, um die Zeit machen wir Wir müssen es ja nicht übertreiben, wir wollen ja heute nach Fußball guckern Ja, da war es jetzt ja eine Schläge, aber heute hab ich mal ein bisschen Kopfschmerzen und dann muss ich jetzt mal aufhören Na, Unke, hat sogar Migräne Ja, ich hab so Aua, Aua, Aua Mit Unke, ficken wir uns heute nicht mehr, Unke Ich hab so ganz toll Kopfschmerzen, du Ähm Ach, ja Oh, ich hab die Weste weggekriegt Yay Jetzt hab ich nen Hut auf, wieso hab ich nen Hut auf Wie hast du die Weste? Ich hab einfach die Kleider ge... ich hab einfach die... ich hab die Klamotten gewechselt Achso Ich hab die Klamotten gewechselt und dann wieder die Alten angezogen, buff, Weste weg Ich werd mir jetzt aber noch ein Auto kaufen, Alter Ich hab die Melone weg hier, was soll ich mit ner schwulen Melonen aufm Kopf? Aber kein teures Auto, sondern äh, eins hier ähm, der Pfandik ist auch eins von den Neuen, aber das kostet irgendwie nur 120.000 oder so, glaub ich Achso Taschengeld Aber das ist so n alter äh, sieht aus wie so n alter GTR, weißt du Ich hab jetzt grad mal 71.000, Alter Naja 50.000 haben wir gemacht, also ich zumindest An Geld jetzt, mit den paar Rennen Hm? Obwohl, ich kenn dir mal das andere Ding auch wieder anziehen Da hab ich auch lange nicht mehr angehabt hier Und was hat Blue vorhin gesagt bei dem Geld? Äh Blue, äh, meinst du Geld nicht mehr auf Konto überweisen oder was? Ist nicht you, meinst du? Äh, das Geld, wo er auf der Bank ist, war... Bei mir komplett weg Deshalb mach ich das, das hab ich von Anfang an schon Bei mir war's nicht komplett weg, äh, es war bloß weniger Weil ich hab irgendwie, wie es ganz genau, ich bin irgendwie, wo ich mir ausgelockt hatte, hatte ich irgendwie irgendwo mit 600 oder so Und äh, wo ich jetzt drin war, hab war, hatte ich bloß irgendwie... Okay, komm, wir können das nach der Aufnahme bequatschen, dann können wir nämlich den Schluss machen Genau Weil ich rede ja bloß sinnlos im Kreis Äh, jo, also meine lieben Freunde, das war's für heut Wir sehen uns dann morgen wieder Und bis dahin erstmal Tschuuuus Tschuuuus Also, liebe, also Twitch-Zuschauer, nicht morgen, das ist erst wieder nächste Woche, Samstag Ja, ja Weil jetzt haben wir ja schon Twitch die zugehoben Okay Tschuuuus Tschau, tschau Tschutu Tschuuu Tschau 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 AO